Was treibt uns an? Wo wollen wir hin? Was sind unsere Lebensziele? Menschen wollen Wünsche verwirklichen. Menschen wollen vorankommen. Menschen suchen Erfolg, Anerkennung und Unabhängigkeit. Menschen zu helfen bei der Verwirklichung ihrer Lebensziele, das sieht die deutsche Vermögensberatung als ihre vorrangige Aufgabe an. Getreu unserem Motto, früher an später denken. Denn wir wissen, Vermögensplanung ist Lebensplanung. Die einzigartige Erfolgsgeschichte der deutschen Vermögensberatung beginnt in den 70er Jahren mit der revolutionären Idee ihres Gründers, Professor Dr. Reinfried Pohl. Seine Konzeption der Allfinanz und die Gründung des neuen Berufsstandes Vermögensberater hat die deutsche Vermögensberatung zur unangefochtene Nummer 1 der eigenständigen Finanzvertriebe gemacht. Meine Idee der Allfinanzberatung hat sich durchgesetzt, sogar weltweit. Der Beruf des Vermögensberaters gehört heute zu den Berufen mit den besten Zukunftschancen. Unsere beeindruckende Bilanz spricht für sich. Über eine Milliarde Euro Umsatz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weit über 600 Millionen Euro Eigenkapital und eine Vertragssumme von über 181 Milliarden Euro Gesamtbestand. Schon heute vertrauen uns mehr als 6 Millionen Kunden. Jeder unserer Vermögensberater arbeitet nach einem einfachen Prinzip, dem Allfinanzkonzept. Darunter verstehen wir eine branchenübergreifende, umfassende Beratung und Betreuung durch einen einzigen Ansprechpartner. So erfassen unsere Vermögensberater zunächst immer die wirtschaftliche Ist-Situation ihrer Kunden und deren Wünsche und Ziele. Darauf aufbauend wird mit modernster Technik aus den Bereichen Bank, Versicherungen, Bausparen, Immobilienfinanzierung und Investment unter Nutzung der staatlichen Fördermöglichkeiten eine maßgeschneiderte Vermögensplanung für den Kunden erstellt. Einem Hausarzt vergleichbar, der diagnostiziert und therapiert, betreuen unsere Vermögensberater ihre Kunden ebenso umfassend wie dauerhaft und stehen ihnen auch bei veränderten Lebenssituationen mit Rat und Tat zur Seite. Ein Kundenservice, der von der unabhängigen Ratingagentur Service Rating mit dem Testurteil exzellent ausgezeichnet wurde. Egal, welche Ziele und Wünsche unsere Kunden auch haben, wir helfen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn Vermögensplanung, das ist bei uns Lebensplanung. Völlig unabhängig von Ihrem bisherigen Beruf ermöglichen wir Ihnen den Einstieg als Vermögensberater. Gemeinsam mit unseren Direktionen vor Ort übernehmen wir die Ausbildung, kümmern uns um die fachliche Qualifikation und führen Sie Schritt für Schritt an den Beruf des Vermögensberaters heran. Ein Jahr lang habe ich noch in meinem alten Beruf als Tischler gearbeitet und die Vermögensberatung nebenberuflich ausprobiert. Inzwischen habe ich durch das Ausbildungssystem und die Unterstützung meines Coaches einen eigenen Kundenstamm aufgebaut. Als Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung genießen Sie alle Vorteile der Selbstständigkeit und gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit. Verdienst und Einkommen sind leistungsbezogen. Das heißt, jeder Vermögensberater bestimmt mit seiner Leistung und seinem Engagement, wie viel er verdient. Als Vermögensberater können Sie Ihr eigenes Team aufbauen und Unternehmer im Unternehmen werden und das ohne finanzielles Risiko. Und als Führungskraft, Coach und Betreuer erfahren Sie nicht nur besondere Anerkennung, sondern profitieren auch finanziell vom Erfolg Ihrer Partner. Mir macht es großen Spaß, junge Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Denn bei uns sind Erfolg und Karriere keine Zufallsprodukte, sondern immer das Ergebnis von Engagement und Teamgeist. Die umfassende Aus- und Weiterbildung der Deutschen Vermögensberatung ist in der Branche einzigartig. Jedem Vermögensberater wird nicht nur das Fachwissen vermittelt, auf das er in der Kundenberatung zurückgreift, sondern auch das Know-how, das er als selbstständiger Unternehmer benötigt. Mehr als 70 Millionen Euro jährlich investiert die Deutsche Vermögensberatung in die Ausbildung Ihrer Vermögensberater. Ab dem ersten Tag haben angehende Vermögensberater in den über 400 Direktionen vor Ort erfahrene Praktiker als persönliche Ansprechpartner. Zudem kümmern sich rund 200 Fachreferenten in unseren bundesweit zwölf hochmodernen Berufsbildungszentren um die Ausbildung der Vermögensberater. Ein hervorragend funktionierendes Ausbildungssystem, das sie mit den besten Karrierechancen ausrüstet. Dies wurde auch von der namhaften Ratingagentur Assecurata bestätigt. Als erster Finanzvertrieb wurde die Deutsche Vermögensberatung bei einem Karriere-Rating mit der Gesamtnote exzellent und als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet. Rund um die Uhr steht unsere Zentrale in Frankfurt unseren Vermögensberatern zur Verfügung und bietet ihnen perfekte Unterstützung. Unser Service bietet modernste IT-Tools wie den weltweiten Zugriff auf alle Kunden- und Vertragsdaten über unsere DVAG-Cloud sowie umfangreiche Marketing-Dienstleistungen und natürlich Monat für Monat pünktliche und korrekte Provisionsabrechnungen. Darüber hinaus organisieren wir für sie die Kooperation und die Geschäftsabwicklung mit unseren Produktpartnern, entwickeln Produktinnovationen und sorgen nicht zuletzt für praxisorientierte Ausbildungs- und Arbeitsmaterialien. Erstklassige Beratung setzt auf erstklassige Produkte von den besten Anbietern der Branche. Dazu gehören in allererster Linie die Generali-Gruppe als Nummer 3 auf dem europäischen Versicherungsmarkt sowie die Deutsche Bankgruppe, die Nummer 1 der deutschen Geschäftsbanken. Die Konzentration auf ausgewählte Partner wie zum Beispiel die Aachen-Münchener, die Deutsche Bank und die DWS, die bereits mehrfach zur Fondsgesellschaft des Jahres gekürt wurde, garantiert uns und unseren Kunden langfristig Sicherheit und Zuverlässigkeit. Von Anfang an honoriert die Deutsche Vermögensberatung jeden Vermögensberater mit großzügigen Provisionen aus dessen eigenen Abschlüssen, aber auch anteilig aus den Umsätzen der betreuten Partner. Darüber hinaus bieten wir unseren Vermögensberatern eine Vielzahl von finanziellen Sonderleistungen, die beispielsweise die Familie absichern. Das Unternehmen zeigt damit, dass es nicht nur erstklassige Karriere- und Einkommensperspektiven bietet, sondern auch Verantwortung für die Vermögensberater und deren Familien übernimmt. Wer in der Deutschen Vermögensberatung konstant Leistungen erbringt, erfährt Anerkennung in vielerlei Hinsicht. Etwa bei einem Aufenthalt in einer unserer beliebten Hotel- und Schulungsanlagen. Hier findet wertvoller Erfahrungsaustausch statt und hier genießen unsere erfolgreichsten die Früchte ihrer Leistungen. Zusammen mit ihren Lebenspartnern und Kindern. Die Deutsche Vermögensberatung ist für die Zukunft bestens gerüstet. Als Familienunternehmen sind wir unabhängig von den Launen der Börse. An der Spitze stehen heute die Söhne des Unternehmensgründers Prof. Dr. Rheinfried Pohl, Andreas Pohl als Vorstandsvorsitzender und Rheinfried Pohl als Generalbevollmächtigter. Eine Holdinggesellschaft sichert unsere Eigenständigkeit. Andreas und Rheinfried Pohl sind in den Aufsichtsräten unserer wichtigsten Partnergesellschaften vertreten. Wir haben erstklassige Partnergesellschaften mit hervorragenden Produkten. Unsere Bilanzen weisen ein Höchstmaß an Ertrags- und Investitionskraft aus. Darüber hinaus besteht in der Bevölkerung doch ein fast unermesslicher Bedarf an kompetenter Beratung. Kurzum, es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, mit größter Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Und wer fleißig und ausdauernd ist, wer positiv denkt und Freude an der Begegnung mit anderen Menschen hat, der ist bei uns, bei der Deutschen Vermögensberatung genau richtig. Sichern Sie sich eine berufliche Zukunft im Markt der Zukunft. Werden Sie Unternehmer im Unternehmen und profitieren Sie vom einmaligen Beratungs-, Marketing- und Vertriebskonzept der Nummer 1 der eigenständigen Finanzvertriebe. Werden Sie Teil einer großartigen Berufsgemeinschaft. Deutsche Vermögensberatung. Vermögensaufbau für jeden. Werden Sie Teil einer großartigen Berufsgemeinschaft. clapping Himself Untertitelung des ZDF für funk, 2017